aber nur gerade ausprobieren bei mir machen aber ich schaff das noch rechtzeitig anzuhalten naja sagen sie alle ja ja ist irgendwie am arsch man sagen sie alle 444 ein bisschen ein bisschen reisen wieder mitnehmen ich kann mir echt vorstellen dass ich mein 15 noch hatte ich habe sie abbaue dass sie die gleich kaputt geht dabei das ist kein mitleid von wem denn hund ohne witz wo macht ihr nix dumme hunde das geile war hat sie abgebaut was ist da unsere lava fällt voll rein die packt erstmal ein pfeil rum problem ist ich brauch so viel absider für dann hunde macht doch was was für eine haltbarkeit hat und das ging jetzt noch zehn ach fünf stück habe ich dadurch gekriegt und fünf oder vier stück habe ich gekriegt einer ist er verbrannt und dadurch ist fünf haltbarkeit noch weggegangen das wird langweilig sein für dich wenn ich jetzt abziehbar mir egal zuschauer kann auch mal leiden hast du immer lässt sie immer leiden am meisten du oh ja schon 18 minuten durchgehend ja ja was was 18 minuten schon ja heftig 20 12 von mir gemacht hat man das ihm gehört und freut mich aber ok diesen monster doch passiert nichts mehr aber ich muss mal eben nicht noch effizienz drauf sein können dann auf der spitzhacke nicht nur halb das herum heulen wieder hätte aber wenn wenn der penner sagt hätte ich doch gerne mal gehabt oder das habe ich noch bogen hier aber dann komme ich kräfte immer noch nicht ganz aber was soll der schrott denn hier ich will dann nur noch einen ganzen bogen ich mache das jetzt mal level 1 oder level 2 und dann ja level 30 haben dass man die gute verzauung dadurch macht ja es mir scheiß egal ich mache jetzt erst 30 vielleicht kriegt jetzt gute welches grad voll die schlechte hatte ja das kannst du auch haben die war ja schon ein bisschen scheiße die verzauung naja halbpacker 3 ich krieg ein rappel y obsidian habe ich was sind die schlechteste ist 4 3 mit zweier verzauberung stärke 1 war ich krieg was ist das was 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 selbstlos wenn das problem war hier ging ja das was nicht mehr weiter waren schon acht blöcke weit ich bin in die lava reingefallen aber ich habe geschafft heraus zu springen schade richtig schade das muss man am anfang der aufnahme haben echt richtig richtig schade jetzt habe ich 19 obsidian reicht erstmal jetzt glaube ich jetzt weiter schade glück wieder nicht hier so langsamen rappel dadurch so jetzt gehe ich heute man die monstern schade welch mal aufs tepfe müsste für kleine kinder bist ein kleines kind ich mach schon wieder pipi e egal kann ja monster dann können die monster spawnen und ich krieg da gleich paar monster mehr geht das würde in der aufnahme wieder auf die toilette klar was soll ich sonst machen dann macht das viel spaß aber ich geh erst noch zum spawner dann lohnt sich das wenigstens das so stehen ja du stehst vor immer rum lalalala so verangenehm Leute was haltet ihr von sowas eigentlich Leute wenn einfach jemand mitten in der aufnahme hat meine Güte ey sind froh dass ich jetzt nicht einfach essen gehe schreib's doch mal in die kommentare wer nur wisst was die Zwischhäuser zu sowas sagen das finden die gut ja klar hat überhaupt irgendjemand irgendein Zuschauer bei dir schon mal was untergeschrieben wenn du was gefragt hast außer dass ich jetzt pinkeln gehe so bis gleich so eine Flachwahl ehrlich ja das ist so ein Knallkopf naja soll man dann machen kann man nichts machen jetzt finde ich wahrscheinlich gar nichts kennt man ja schon ist ja nichts neues puh ist das dunkel hier soll ich ja nichts machen jetzt aber ja genau zu zombie ach ja brauch unbedingt Diamanten ganz viele zack zack da ist schon mal Redstone wieder ein bisschen rückspitz zack wäre ja noch besser jetzt oh nein nur Haltbarkeit drauf toll so war ein Dreck ey Lapis dafür hätte man die jetzt auch gebrauchen können das schmiedern aber echt boah ich ziehe aber voll förmlich an so damit zack t t t t t t t t t so ach guck mal das ist ein zombie komm her komm komm zombie kann ich die die block und dann die für zwei kamer voll also so wenn ich noch einen näher komme t t t t t t t t t aber erst mal so runter graben da sag ich doch scheiße meine EP meine EP Messviecher das ist Lava 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 wir sind ja ok weiter geht's dunkel nicht mehr ah guck mal nein kohle 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 schön kohle und welchen Müll hast du diesmal gelabert gar nix ja ja ich höre mir jetzt sowieso wieder an das muss jetzt Folge 83 von mir sein so ungefähr ne hat er eingefangen 12 knapp ja kommt hin fläche ist gerade am kauen ja merk ich schon wofs denn wofs denn ich bin bescheuert diese platten vom das keine ahnung nein was ich bei den skeletten runterfalle mal mal aha aha hm 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 m höre ich habe das nur noch zwischen gehört woher kann der mit einmal kennt man ja wenn man sowas nicht erwartet wenn man sowas nicht erwartet dann passiert das hat auch gehabt zwischen zweimal sogar schon ich war bestimmt voll übersteuert eben also nicht konsumiert drehen mich gerade nur aufs essen das extra laut wird für dich das ist klar natürlich was da unter wasser so jones schlucht cool eisenschwert noch so dass noch ein paar treppen 20 stein treten habe ich noch irgendwelche steine hier die normalen steine gebrannten kann ich jetzt hier mit dem fertig wir machen sind hier bestimmt keine kennt man ja nicht alle pfeile habe ich mit ich geht es ja nether viel spaß bisschen aufräume viel spaß woche sowieso ist geil macht das wasser weg trotzdem geht es irgendwie nicht ganz weg und dann geht das überhaupt nicht weg die mimimi von uns vor nicht eingesammelt hast dann wird es weggetrieben bbbbbbbbbbbbbb dennoch noch hunger ja wir sind erst jetzt also jetzt sind wir vielleicht um die nächste folge also du kommst in du kommst in der hölle zweimal habe ich auch gehabt aber dass da nur einer war kopf kratz stämmer die sicht weiter ein bisschen höher macht das aber doch nicht weil es gibt eben geleckt hat so ein bisschen also auch nichts du denkst mit einmal des wassers weg und dann kommst du doch nummer eins tot scheiß gas ey brauchst du dir grad die garst weg die garstigen garst hey creeper sag am besten auch mein spruch dass die garst freundlich sind war das nicht so dass